Begonnen hat alles 1867, als der junge Apotheker Gottfried Streuli seine eigene Apotheke in Utsnach eröffnete. Doch durch seinen frühen Tod war seine Frau Ida gezwungen, neben der Erziehung der drei Söhne und ihrem Hutgeschäft auch die Leitung der Apotheke zu übernehmen. Dr. Rudolf Streuli, Apotheker der vierten Generation, erkannte die Chance der Generika-Herstellung und lancierte 1971 mit Acetalgin das erste in der Schweiz zugelassene Generikum. Die Apothekerin Claudia Streuli führt nun als CEO seit 2003 das Unternehmen in der fünften Generation. Unter ihrer Leitung wurden alle Produktionsbereiche gemäss GMP optimiert und automatisiert. Streuli Pharma produziert in Utsnach als eines der letzten Schweizer Pharma-KMU alle galenischen Arzneimittelformen. Solida, Liquida sowie Sterilia und bietet ein breites Portfolio mit dem Fokus auf Analgetika, Anästhetika, Antirheumatika, Vitamine, Laxantien und Dermatologika an. Feste Arzneiformen bilden den Größenbereich im Unternehmen. Unverändert sticht Acetalgin positiv hervor. Besonders stolz sind wir auf den High Potent Produktionsbereich. Hier verarbeiten wir hochwirksame Corticosteroide nach den neuesten GMP-Anforderungen und erfüllen die hohen Vorschriften zum Schutz der Mitarbeitenden und der Umwelt. Ein weiteres Highlight stellt die vollautomatische Herstellung von sterilen Zylinderampullen dar. Eine Technologie, die in der Schweiz einmalig ist. Neben verschiedenen anderen Prüfungen wird jede Ampulle optisch auf Verunreinigungen oder Schwebstoffe wie kleinste Glassplitter geprüft. Damit sichern wir kompromisslos eine hohe Qualität. In unserem Produktionsbereich Liquida und Semisolida werden Salben, Tropfen, Lösungen und Gels hergestellt. Wie zum Beispiel Vitamin D3-Lösungen oder die Salbe Vitahexin. Als Lohnhersteller produziert Streulifarma seit Jahrzehnten als verlässlicher Geschäftspartner viele Kundenaufträge für andere Pharmaunternehmen im In- und Ausland. Qualität – das A und O einer Schweizer Pharmaproduktion. Streulifarma investiert konsequent und stetig in die Qualitätssicherung. Vor 15 Jahren beschäftigten wir rund 10 Mitarbeitende im Qualitätsbereich. Heute arbeiten hier mehr als 40 Spezialistinnen und Spezialisten. Wir erzielen eine Wertschöpfung von rund 90 Prozent an unserem Standort in Utsnach. Gut 200 Mitarbeitende leisten täglich ihren wertvollen Beitrag, beweisen eine hohe Flexibilität und unterstützen mit viel Einsatz die Sicherung des Unternehmenserfolgs. Als Schweizer Unternehmen stehen wir in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, dem Gesundheitssystem sowie unseren Mitarbeitenden. Wir kreieren Innovationen – auch für zukünftige Generationen.